Musik Jo Leute, willkommen zu einer Runde. Wir machen Waffenspiele mit Turboball Ein Inlauf. Guten Tag. Genau. Ich töte dich. Der hat von ehem des Todes... Was? Was ist da los? Was? Nein. Hast du diesmal mehrere Runden? Ich weiß es nicht. Das geht gar nicht eigentlich. Ich hatte eigentlich 30 Punkte. Aber dann beendet das Spiel einfach nach drei Toden. Wahrscheinlich wegen den drei Leben. Okay. Noch eine Runde. Ja, dann seht ihr einfach das schöne Hauptmenü. Wunderlich. Es ist so mit Liebe gemacht. Von Triarch. Eine im Lauf. Das ist echt ein Leben. Dann haut mal rein. Es geht los. Geht ins Haus. Geht ins Haus. Wer ist dessen Geras? Nein. 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 Das hat er verdient. Das sagst du immer wenn du mich tötest. Ich habe auch immer recht. Nein. Ich hatte gerade reagiert. Nein. Dann drückt er ab. Yes. Was war das? Nach einer Runde. Machen wir ein kleines Turnier. Ja. Und wenn ihr als Zuschauer mal dabei sein wollt. Es ist möglich. Stimmt's? Es ist sehr gut möglich. Es ist sehr gut möglich. Es ist gar kein Problem. Es freut uns sogar. Dann sind wir nicht mehr so alleine. Eine im Lauf. Einem Lauf. Einem Lauf. Eine was? Eine Kugel. Logo. Nein. Dann haut mal rein. So wenige Worte fliegen bei uns. Nein. Nein. Genau. Ich hasse das. Das ist doch genial. Ich liebe es. Ich liebe es. Nein. Nein. Yes. Ich fliege einfach vor dem Balkon. Au. Ich habe mir Aua gemacht. Auf dem Balkon geflogen. Ist es normal wenn Füße in diesem Winter stehen? Lache ich. Was ist da los mit dir? Nein. Nein. Das ist so genial. Ich will gerade los rennen. Merke ich. Ah. Hinter mir ist der ja. Oh. Nein. Da hinten. Da. Zack. Noch eine Runde. 2 zu 1 für Turboboy 2000. Wieso eigentlich Turboboy 2000 nicht 2000 Turboboy? Nein. Man kann beides sagen. Ist mir egal. Dann nenn dich mal um mir 2000 Turboboy. Nein. Egal. Ich heiss überall anders. Hauptzeit Turboboy. Und 2000. Dann bin ich zufrieden. Er wartet einfach. Nein! Da hattest du schneller reagiert. Nein. Jetzt schreit gleich der Saug wieder herum. Kann ich verlieren? Ja. Nein. Schade. Ich bin einfach so gefressen. Was? Das war der Fuchssprung. Der Kotzssprung? Fuchssprung. Fuchssprung. Nein, 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 nein. Nein! 2 zu 2. Finale Runde. Ich werde verlieren. Schau dir das an. So schlecht. Ich steche die Luft ab. Was raus muss? Was raus muss? Was raus? Ich steche die Luft ab. Ich steche die Luft ab. Ich steche die Luft ab. 2 Negabyte. Nein! Erinnere mich nicht drauf. Oder er beginnt mit seinem Neger. Oder er beginnt mit seinem Neger. Ach dafür. Kann ich sie überhaupt mal spielen? Zusammenreisen. 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 Nein. Nein! Lauf dort! Ja, ja! Go, 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 go. Nein! Nein! Ja, es geht nicht. Mühle. Welche Wunder. Ich bin Wunder. Nein! Voll in die Nüsse. Wenn du überhaupt welche hattest. Nein, 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 nein... No, no, no... Komm doch! Ja... Nein! Ich glaube, ich gewinne! Ich hoffe, dass ich gewinne, sonst hätte ich mal gegen dich verloren. Ich komme gleich von da. Nein, 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 nein... Dagegen ist das Bös. Nein! Perfekt! Ich habe den Schuss verkackt, aber das Knife gewonnen. Diese Reaktion einfach... Da ist jemand in meinem Haus. Ich will eine Revanche. Noch eine? Ja, aber jetzt ist es fertig für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Ciao!